die Kunden sieben Sekunden acht Sekunden 10 Sekunden 3 Explosion wie alles von der Luxus hier bei uns was macht auch noch die Kack Scheiße, so, ganz wichtig Leute Alex ist schlecht im Spiel und wir sind jetzt absprechender Alex ist schlecht, aber das weiß ich nicht und nimm bitte auf Kai Rücksicht, er hat noch die All-Operator er hat noch nicht die Qual der Wahl wie wir da muss er sagen, was er haben möchte na, eingreifen nämlich immer Twitch beim Verteidigen, Mute gut, kannst du beide haben war das wieder Fuse? ja, das ist die Crew Area, da kann man noch schön futzen das war auch lustig gestern, weil Geisel, ne Kai? er hat in der Fuse gespielt, gleich Geisel getötet also wenn ich schon bei Alex höre, oder will ich schon Bescheid, was Alex sagt da angestellt hat du, ne, ne, Kai hat Kai hat eine Relektion in Weibo gelernt, ja? niemals, wenn Geisel ist, Fuse spielen, ja? hat er gemacht und das sorry, I upload sorry, I upload ich bin die Kamera, ja, naja, musst du mal gucken, weil ich hab dich mal an dem Stück ach komm jetzt, fick dich doch ich bin die Kamera, ja, ich bin die Kamera, ja, naja, musst du mal gucken, weil ich hab dich mal an dem Stück you dankeschön dann dreh JUST B も du meinst schön das soll ich uns weiter im Kamera, ne? das ist die Kamera wird das ist die Kamera, oder? Text So, kein Switch. Mach das Fuzzi, auf geht's. Ran an die Bulettin. Du Schwulettin, das... So, wir müssen einfach wo wir hingehen. Wir sind real. Am besten ins Haus, würde ich sagen. Ja, führ uns mal rein. Ähm, ja. Ja, Kamera, wo ist die Kamera? Was? Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Das ist doch kacke, das... Fuck, da kommen welche vom Fenster schießen, sagt... Warte, fuck, das ist tot? 15 Leben hab ich noch. Ich hab grad auf die Kamera geschossen, ich wollte die Kamera abschießen. Ha! Headshot! Der Tod, oder? Kai, aufhören, hier. Da am Fenster hat gerade einer geguckt, ne? Nee, da hab ich grad schon Headshot hier. Aber... Oh, jetzt hockt die an der Ecke, am Fenster hier. Kann mal was markieren. Ich bin schon, wenn man was sehen soll. Wollen die... Wollen die... Wollen die... Wollen die... Wollen... Ja, ne Eck... Das ist doch. Ach, und der ist ja gleich. Ja, ich weiß. Ah! Was ist das? Da drin ist ja nicht Puls. Ah, fass einfach genau, ja, da war ich natürlich so. Gerade auch... Wo ist denn ne Kamera? Wo ist denn ne Kamera? Wo ist denn ne Kamera? Äh... Weiß nicht. Weiß nicht. Weiß nicht. Weiter aus, kenne ich die Kamera nicht. Ja, da ist er noch. Weiter rechts. Etwa um 90 Grad Winkel zu dir aktuell. Nein, andere Richtung. Jetzt freut's mich. Ja, da Kai, gerade aus einer Tür ist er. Wenn er da geradeaus reinguckt, ist er. Aber es ist weiter versteckt, also sieht man nicht süß. Ja, da ist ja gerade der Puls gewinnen. Da ist scheiße gerade eben. Der eine von uns ein Puls feiert, ey. Ey, da bist du mein Freund. Hol sie. Darf ich bloß noch keine von den Damen treffen? Ja, ja. Aufpassen lassen wir. Je nach Rotter. Wo ist denn ne Kamera? Was? Was denn? Habt ihr drauf, glaub ich ne? Oh, ne. Ey, die Latte holen du ne... Freund hat schon was von meinem Feuer abbekomme. Ey, Leute, wo ist hier ne Kamera... Lieder so ein Baum, um dieえuse kam die Kamera dann nicht. Da geradeaus. So ein Dicker. nicht die Schilder an und schon wie es ist er am Anfang für eine Frage er hat die Falle der Hälfte ich habe in die Sekunde eine Kugler er hat sich erschossen auch komisch überwacht und mehr und erwarten der Weichlo aber er hat alles heute der Loweit über 80 Prozent der Kette kann auch scheiße sein er kann ich habe 36 gut erst gut vielleicht scheiße er so kann der der Mutes hoffentlich bringen die auch was naja das ist immer so eine Ansichtssache Leute mal kleine Info für euch bei mir wird die Ladearbeit nicht mehr lang sein weil im Dezember dann mal ein 60 Gigabyte Arbeitgeber nicht ich glaube es gibt ja auch noch ein Prozessor und abenteuer ja das war ja auch nicht dabei habe ich da genauer an die Beispiele aber ich habe auch nicht ich habe nicht er hat auch gesagt das ist ja auch noch ein Prozessor und am Ende der Abenteuer er soll er wird er aber nicht So, ich bin echt mal wieder Kamerasporting, ihr kaut euch bitte um. Das will ich als erstes sehen. Genau. Ihr überlebt es einfach jetzt. Ey, ne? Die Gegner, ne? Die Kamera, die wir nicht gesehen haben, haben die als allererst ausgeschaltet, ne? Ich weiß noch, wo die ist, ich wollte auch abschießen, aber... Ja, ich bin jetzt in der Kamera drin, also wenn nicht alle in der Kamera sind, dann haben wir ein Problem. Okay, die sind an der Vorderseite. Wir müssen mal alle fünf in der Kamera rein gehen. Ja, und dann kommen die von oben und töten euch alle. Ja, genau. Achtung, Fuse! Boah, hat das... Soll ich lieber von unten ankelen? Ja. Danke. Marc, gut fürs Leben. Die kommen, die Russen kommen. Warum hat da eigentlich keine Solitude zugemacht? Ich das hasse, ey. Hup, einen down, einer's down. Noch einer? Bitteschön. Einer's down, Lütt. Bitteschön. Einer's down, Lütt. Und die haben hier für mich spotten? Oder warte mal, ich schau selber. Boah. Die, die, die tot sind, können spotten. Er ist tot. Achso, nur einer. Marc, ihr habt Fenster am Auge, ne? Ja. Kai, ist klar bei dir? Ja. Mann. Ligga von draußen. Nein, das ist nicht wie auf hier liegen auf Boden. Bei mir kommt einer den Gang runter. Jo. Da. So, meine Freunde. Was? Äh, hier? Ich seh nur nix. Der ist bei euch. Ah, ne Tür. Ey, ich bin tot, ich bin tot. Achtung, er ist an der Tür ja, am Fenster haut sie irgendwo. Super, Armin. Ah, so wurde sie gespielt. Ja, irgendwie. Hätte ich auch nicht geschossen. Die Waffe hört sich auch an, ey. Ja. Ah, der schießt ganz viel draus. Jetzt mach ich wohl was. Ja. Am besten ein bisschen schnell uns hoch sein, sonst sterben wir direkt wieder. Oder wir müssten einfach drauf achten. Das hatte ich nicht. Ich hatte das letzte Mal Waymo gespielt, da hatte ich genau den gleichen Scheiß. Naja, das ist aber... Ich hasse so ne Prefire-Karten, weil man einfach nur stirbt irgendwie. Ja, Alex, du bist einfach zu schlecht für das Spiel. Sagt der, der ganz unten ist, ne? Ja, ich muss sie jetzt mal spielen. Halt die Klamme! Also Kai, gewinne ich nochmal dran, die beiden. Das ist nicht immer ständig. Ja, das weiß Kai, ich. Das ist Kai auch immer ständig. Du bist einfach. Du bist noch ein bisschen. Nein, du bist noch ein bisschen? Ja, ist das jammer? Ja, ich muss das ja intelligiert. Ja, ich muss das ja nicht. Das ist eigentlich immer alt. Das war ja nie. Einfach mal heuer. Deutschlands und auf die Kilo. Ja, ich muss das ja nicht. Das war ja auch immer, ich muss das ja nicht tun. Dann wurde das ja auch nicht. Ja, ja. Da war mal hier oben und fälblich oben. ob hier oben jemand hofft, Fenster. Ja. Hab, ähm, viel gescannt. Ja, bei mir oben an der Kamera. Attraktion, Priefer. Der Kantoin, der scannt noch ein bisschen, pass mal auf. Kommen die gleiche da rein. Wurde entdeckt schon wieder. Und wo wäre ich denn entdeckt? Ist ja egal, egal. Nur ist einfach. Ein Kameras, ja. Am Fenster, am Fenster. Ja, deswegen hab ich ja gemarkiert gerade, wo ich. Wo meine Kämpfe statt wurde. Pass auf, die sind echt fertig. Ja, oh, läuft. In der Kämpfe steht da immer noch. Oben mit keiner am Fenster. Wollen wir uns, wollen wir uns, uns aufs Dach sein, okay. Ja, das ist viel safer. Ja, da können sie sich also nicht, ja, schon einfach nicht. Och. Geil. Ich hab von hier oben die Kamera mit meiner schlechten Waffe erwischt. Auf einen Schuss getroffen, ich bin so gut. Ich hab Bedenken auf dir nämlich, oh, Leute, natürlich. Ein Loch. War denn hier noch die andere Kamera? Aber gerade eine Leiche. Leute. Ähm. Kommt mal hier hin. Hier ist eine gute Position, wo wir uns gut reinseilen können. Weil hier ist nämlich gerade der Cargillator drin. Ich glaub, die kann man helfen. So, unter mir war was. Ja, achten, wir sind drinnen. Guck, ob man alle mit rein. Probier und der Cargillator so kalkt eigentlich ab. Ich, ich, ich denk nicht. Okay, unter mir war was. Ja, Houston, grad du, Mark, oder was? Positiv. Genau, mal komm mal mit rein. Wir müssen uns beeilen. Wir haben, wir haben Teildruck. Ja, ganz ruhig, Junge. Ganz ruhig. Druck geht im Kopf nix. Ja. Wie, pack dich umkringen. Switch, fahr vor. Wurde, wir sind markiert. Wurde, die Kamera hier. Dave. Wurde, kann rein bis zum Forum. Ja, ihr könnt bis hier rein. Was das für Modi, ist das berechtigend schon? Ja. Hier ist es. Okay, die sind gerade in der Kamera. Da war mal eine Kamera. Da war mal eine Kamera. Ja, also. Die Kamera. Hab's noch. Perfekt. Wir müssen rein. Er ist entspannt. Perfekt. Macht ihr auch mal was? Ja. Jetzt reimt euch. finns. Gut, rein rein, ey. Reinter, reinter. Reinter, reinter. Beiden, beiden, gleichzeitstreichen! Verstecken, 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 verstecken. Da, Lecker! Ja, perfect. Geil, rein. Eliminated Jep 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 Gertetag nicht Zusammengefallen wie sonst doch was Wieso Milchreis Was nehmen wir denn für eine Waffe? Boah, fix kills Kommt mit euch schon los Wir räumen halt mal ab und vor allen Dingen wir haben es auch dieses Wochenende leichter mit der Klinik ändert auch dann genau da gibt es noch Leute die einfach wegkriegen können Werden wir spielen Neuro das hat alles verringert Keilig vor sich glaube ich die Geraden hat alles etwas schwer wenn die Schwerde müssen müssen da war aber der Stadler und ich bin bei der Zeit wird mir in Anforderungen genauso gut gut aber auch der Gäste Stoffe der Stoffe die mich in die Tür reingloppt Loll es wird Prozent Wände bis der Platzieren 8 ein Koppel auch bei die auch noch ein Schuss noch an Warte aber auch ein bisschen mehr hinter dir ab und das Leben bei mir ist es ich habe gelebt Du willst mal einer kurz die Kameras machen? Bei mir hast du voll dran vorbeigeschossen, Alex. Warte, ich gucke. Alex, hau an. Ja, du hast die Kamera, genau. Achso, sie kommen, sie kommen, hier. Sie kommen, sie kommen. Sie sind hier. Wo genau? Bei mir, bei mir, bei mir ist das. Hier, also hier. Schild! Einer beschild, einer beschild. Ja, hältst du sie, perfekt. Ab beschild, erledigt. Ich sehe keinen. Der bin still nicht down. Bedeckt halt, ganz ruhig. Nur noch frei. Da drüben ist er noch. Hinten bei euch. Bei euch. Alex, die Tür hinter dir hab ich. Ja. Ja, das ist ruhig, Leute. Wir haben ihn schon mal gegriffen, das erledigt. Wollen wir einfach nicht leben? Die klintern hoch von mir. Auf dem Dach. Auf dem Dach, glaub ich. Ja, alles klar. Er hat zwei neben noch, als sie ist. Hier ist es tot. Die müssten da irgendwo sein. Ich hab noch jemanden gehört. Ja, also... Die kommen von hinten, ja. Passt. Nichts von mir. Marc, ich halt Fenster am Augenblick über die Tür, okay? Ja, ich halte nur eine Tür, ja. Ich glaub, die kommen nicht von der Tür, aber... Ist das sicher. Ich hab halt irgendwie Angst, dass die gleich einfach da reinhüpfen. Alles gut. Ja, ich hab mich nicht aufgestellt, ein Glück. Allerdings bewege dich nicht so viel. Sorry, ich suche die Gegner. Die haben einen erwischt. Wohnzimmer. Wohnzimmer. They are in the living room. Komm, da sind sie. Ab ihn. Ja, er dauert. Er macht auch eine Becca nicht. Auch bei mir gehört. Das hat doch ganz viel gehalten. Falt der letzte Tag gefalle, ne? Ah, neuen Board. Ich hab mich gesehen. Fahne über den TV-Beworling, alles. Oh, Hacker. Wolf, gut als erster. Kai, hast du gestern die Kinderanimation gesehen, wo ich mit Black Bear der Erste war? Hm, nicht. Noch niemals인데요. Die war auch episch. So, Leute, wir sind gut, ne? Wir machen nicht weiter, ne? So, Marc, die Runde hast du nicht aufgenommen, ne? Doch, die hab ich sogar aufgenommen. Geil! Vor allem gestern, Kai, hab ich 267 Quäls bekommen. Lol, ich hab mit 4% ein Alpha-Pack bekommen. Cool! So, weiter geht's, wenn ich dründe. Wir sind alle immer grad so gut, ne? Gut, dann... Ich drück jetzt... Ich drück... Fangen wir von...